Moin Leute! Willkommen zu einem neuen Video von unserem neuen Projekt mit Joni. Hi. Wir beginnen jetzt mit Minecraft OneBlock. Das ist unser neues Projekt zusammen. Ja, ich denke ihr wisst was OneBlock ist. Und ich denke ich war schon mal den ersten ab. Es ist ein unendlicher Block. Es erscheint mehr als nur Erde. Ja, also ich denke ich muss jetzt nicht viel zu dem Projekt erklären. Die meisten denke ich wissen was das ist, was Minecraft OneBlock ist. Was war drin? Ähm, Bäume, Sepplings. Oh, das ist gut. Das haben jetzt gefühlt alle Items ein. Geh mal weg. Geh mal zur Seite. Ja. Ja, ich mach uns auch was schönes draus. So. Ihr könnt ihr mal sagen wie ihr das Projekt findet. Ich finde OneBlock geil. Hier. Wo ist sie? Da. Ein Grasblock. Das ist das Gras mal wachsen. So, das machen wir. Ja. Oh, warte mal kurz. Komm euch. Ja, okay, ist egal. Eigentlich können wir auch später machen. Ja. Wenn euch das Projekt gefallen und ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst jetzt gerne einen Like und ab oder? Macht das. Dann ist Luca glücklich. Er freut sich über jeden abonnen. So, is. Wusstest, Serpling? Tun wir die Zeit erst was zu? So, da ist schon drin. So, ich hab's lebt schon. So, lass mal wachsend ausdrücken. Ja, dann muss ich zehn zehn Jahre warten ja okay dann machen ja die Folge so immer 20 Minuten lang die Welt will auch aber das hat sich eigentlich ein Wort wird dass die immer so früh kommen was machen wir mit ihm warte ich mach was oder weiter aber holz wenn ihr wollt können wir auch noch danach weiterspielen ja wie der YouTuber auch richtig geiler YouTuber hast du holz ja das meine ich ist ich brauche noch ob es ist nein ich finde ich für Schweine und Tiere Preusser aber selbst kann hier auch gebrauchen das ist eine tolle Kiste Leute könnt ihr jetzt mal reinschreiben wie ihr Instagram bis er die zwei folgen des akkw projekts verhandelt äh zum jetzt weil zu dem Zeitpunkt wo die voll über die Videos dann online kommen äh gab es schon zwei folgen vom akkw projekt mal den wasser immer oder ja mach du und dann macht das wasser runter und nicht für den blog und da und block und dann oder wollen wir oder wollen wir gleich runter gehen dass der one block unten ist äh gleich baum also 34 runter von der bau der bau der sonne ich tue das gehege hinter unsere doppelkiste erst mal so okay ich bin jetzt 3 4 unter dem blog ja du kannst du jetzt ich brauche ich nehme was lebt für ja mach das ja nicht schon nachts sie könnte mal anschauen wie ihr bis jetzt ist das akkw projekt fandest das wird er dann auch nur noch äh gar nicht mal so lang gehen noch zwei folgen ich nehme das jetzt noch auf bevor die erste und zweite folge hochgeladen wurde aber ich ich lade hoch dann nacherst nach der ersten und zweiten folge das ist ein bisschen verwirrend einsteuerung hängt gerade ein bisschen so ich weiß mir hat so viel qualif runter gefallen du hast die mensch begraben das mal oha was ist tun fackel sapling und holz ich werde fast rund ist jetzt fast tot natürlich hier aufgabe ist so selten wie möglich zu sterben es ist kein hardcore apropos hardcore vielleicht in zukunft kommt auch mal was das das mann aus Prozent so ob ich immer meine 1 Prozent Singleplayer und Block Dinge die Käfige gebaut ich hab's anders gemacht aber ich lass dich auch mal bauen ich finde es blöd dass die Hühner durchlaufen können die Hühner müssen mit den einzelnen einsperren hier Luca also es ist das war ein schweinrein du schweinrein ich kann wir tun erstmal alle rein oder wirst du direkt trainern aber dann braucht mich viel aber Luca würde das ja und direkt war dass die er die erde weg machen ja aber pass auf die brauchen wir er ist in dem politik sehr wichtig im microsoft hat ja nie was vielleicht auch zusammen machen werden wenn wir auch machen dann wenn man später mal da wird er dann nicht so wichtig sein wir sind aber eigentlich sogar zu hoch können wir die slits so der kommt dann weg dann kommen hier die slabs er eben jetzt können wir so eine so mein gras block gewachsen dann kannst du schon weiter abbauen schwein in den käfig er dann war aber noch so eine zauntür das kriegen wir jetzt nicht mehr hoch sind immer noch zu eigentlich müssen wir alles noch mal abbauen tun wir alle deine deine baublöcke rein und den einmal brauche ich bitte da habe ich immer hoch dann lassen sie mich bauen dass das weiter von dort und die sind hier um auch noch das letzte er aber ich will sein zu haben ein höher also ja schon du kannst ja fleißig den blockbaut die dann nehmen wir schon auch okay ist noch im rahmen wenn ich könnte ich zwei folgen machen sag besser für die zuschauer ja das werden wir auch so machen wie mit grasland damals sein wird es dann auch demnächst was geben mit grasland was das projekt wird sich komplett verändern sag ich mir so aber ich wollte ja noch nicht spoilern ja zweites schwein zweites schwein also nicht runterfallen ich habe jetzt kein wasser ja ich bin ja jetzt eh mit dem schwein beschäftigt mehr. Okay, ist eingesperrt. Gut. Bei mir wird es ja auch auf dem Kanal immer so, außer die Atomkraftwerk folgen, dass alles so eine Viertelstunde geht. Oder 20 Minuten. Ich freu mich schon auf Minecraft Survival, wenn ich das dann mache. Da kann ich ja auch schon so leicht anti sein, sonst würde 2 werden. Hätte jetzt nicht gedacht. Also Luca, du musst mir jetzt kurz helfen. Ja. Also, ich brauche alle Blöcke, die du hast. Das sind nicht viele. Die reichen erstmal. Ich bin gerade am Schweinebogen geworden. Solche Momente gibt es halt auch in einem Minecraft-Projekt. Du könntest schauen, so wie ich hier, immer zwei Abstand, dann Erde und dann Zeppelin drauf. Und dann außenrum immer Erde oder Holz, jetzt am besten das Holz. Und jetzt, du darfst jetzt, du darfst jetzt schon nicht. Achso, du musst die abbauen. Ähm, stell dich dir am besten bitte drauf. Drauf? Ja. Du musst die abbauen. du mal die kuh ins käfig schon im käfig schubs wieso machst du sowas also sie lebt noch aber jetzt muss hier die ich wäre gestorben muss jetzt hier die erde treppe hochlaufen gehen sie hoch es wird so schön wenn wir weizen haben also ich glaube es muss alles noch eins höher ja das ist einfach mit einem wohnblock machen und ich brauche jetzt für uns mehr erde bei den sonst wollen genau so wir haben jetzt auf jeden fall mehr slots für bäume gut ok 15 minuten ich erinnere mich wie in tracer da habe ich ja auch dauernd nachgeschaut damals immer in den älteren videos ja wir können auch die erste folge auch länger machen würden sie mir eine eine axt bitte kraften oder die kugel durch die kugel durch ja 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 direkt die treppe abbauen ein ich habe das wohnkugel durch englisch schau mal luke wo die kuh ist ist fast drauf aber die darf jetzt nicht runterfallen anschaut du musst aufpassen wenn sie auf den zaun geben dass sie vor drein schubsen muss man aufpassen vielleicht sollte dir ja eine das kann hier schlecht weiterbauen also ich könnte aber es würde ewig dauern dafür brauche ich mehr holze auch nö komm hier komm hier rüber komm 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 und logisch immer kurz zur seite ja ach egal ach egal passt so dass hier das schaf auch drauf kam das schaf etwas schlauer als die kuh ist und hier ist nicht direkt in den runtergejumpt kommen sie mit ich baue schon mit körper sind oh die kuh ist drin luke hat die kuh ist drin die kuh ist drin in der tat gehen sie die hoch geh rein am anfang ist auch drin am anfang habe ich mir auch gedacht man könnte es ja so machen wenn einmal runter fällt man ist für immer tot also dann können sie ja dass das projekt schon so schnell zu ende ist ja das wäre langweilig das kann natürlich schon bei hardcore passieren weil wir sterben schnell ja der erste baum ist übrigens da gut aber kannst du dir tools machen ich denke dass er bringen die natürlich hin ich denke dass er bringen die natürlich hin tools zum Beispiel mal eine axt und eine schaufel der rest wird in slabs investiert ich glaube so aus zwei verschiedenen ja schade geht nicht ich rück grad schon auf ob man theoretisch aus zwei verschiedenen holzarten slabs machen könnte ich habe hier was für dich ich lege in die schule das ist der blog so 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 der blog sammelt alle blöcke auf dich abbaue da liegen es dauernd slabs Nimm mal das Wasser weg. Ja, wo ist ein Eimer? Wo ist ein Eimer? Wo ist ein Eimer? Hier ist ein Eimer. Von den Tieren war kurz Überschwemmung. Ich hatte die Türke waterlocked. Mir reicht das selbst nicht. Na gut, das war ein perfekter Zeitpunkt für Folgenende, oder? Ja. Ok, ja, ob, also, wir sehen dann in der nächsten Folge, wie sich unsere Welt weiterentwickelt. So, ich stelle mich einfach mal hier zu den Tieren. Kommst du mit? Ja, also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Aktiviert die geile Glocke und bis zum nächsten Mal. Tschau. 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 Tschau.